Musik Was bist du denn? HP, Tios ab, shoppid ab Geul Wie viel HP wir gerade haben Plupp, nach unten Das ist mega genial, freut mich Ah, was ist das denn? Es ist Kacke, toll Geil Oh mein Gott Bam Ich hasse diese Dinger Das war so klar Moment, erst mal den Kakaroffen wegmachen Na also Oh, Damage up Na geil, warum habe ich das nicht gleich gezogen Ich hätte viel besser gebrauchen Bin gerade Lief doch easy Aber Aber Solistin Jetzt kill die doch mal alle Nicht schlecht Der Damage abgefällt mir Was haben wir jetzt an Damage Ja, 4 4 So müssen Sie unsere range Ziemlich geringer sein Immer noch Boah, das war close Die uns eine einfach mal killen können Da habe ich gerade Geput Halt die Fresse Halt die Fresse Der hat mich angekratzt Egal Der hat noch 3 Herzen Passt schon Der passt schon Der passt schon Sehr schön Oh, jeder 4 Witz Ja, sicher Ja, ganz sicher Ach, die haben so ein Heteres Effekt Okay Wie schaut Bin ich eigentlich Ah, komm schon Der Raum war jetzt gar nicht gut für uns Wir haben gesagt Wow Mega viel Herzen verloren Okay So Das ist nicht schlecht Hier war nichts drin Gerade Das kann ich mit Immer wieder gern So Wir haben keine Bomben Wir haben noch 5 Schlüsse Und wir haben eine Menge Gold Da Wenn wir jetzt einen Job finden Das wäre mega nice So, super Stopp Okay Killingen wir mit Und Oh Okay Nein, das kann doch nicht sein, Alter Wie soll ich ein Kleinigkeiten Dann immer Shop Oh, endlich Ich nehme es damit Ich weiß nicht, was es macht Okay Testen wir es mal Ich weiß nicht, was wir gerade getan haben Ich kann euch nicht sagen, was wir gerade getan haben Ich nehme den anderen mit Das ist besser Ja, vielleicht nicht so schlau Mein 15 Egal, komm Ich habe es getestet Egal Weißt du was, ich gucke jetzt mal nach Und zwar Haben wir das Haben wir sicher irgendwo, oder? Diese Slot Machine Nicht Na gut, haben wir nicht Ich habe mal mitbekommen Wo habe ich das? Ich weiß gar nicht Also ich habe heute mal so Zum privaten Lernen Habe ich mir mal einen anderen Streamer mal angeschaut Und der hat hier Okay Und der hat gesagt Ja, hier Also ist sehr intelligent Wenn man Keine guten Devil Deals hat Kann man sie liegen lassen Und erhöht so die Chance auf Angel Deals Wusste ich so nicht Weiß auch nicht, ob Das heißt ja natürlich nicht, dass der Typ recht hat Aber ihr habt bestimmt mehr Ahnung als ich Von daher So, da fehlt uns noch Raum Natürlich hat es jetzt sein Herz abgezogen Was auch sonst So, erstmal hier die Kacke wegmachen Und die Spannung bis zum Schluss aufbewahren Mal gucken, was wir bekommen Na gut Stopp, da war noch was Ich würde den Geheimraum ja hier vermuten Jawoll Natürlich kommt da nur Spinnen raus Könnte ja was cooles rauskommen Okay, sieht ganz schön mau aus Mit unseren Herzen, die wir haben Also wir haben viele Herzen Aber die sind nicht aufgefüllt Das war eigentlich mit mau Okay Wir haben auch keine Granaten mehr Das heißt auf Deutsch Wir machen jetzt den Boss Mal schauen, was wir kriegen Piep, wer bist du denn? Was kannst du? Okay Okay, gut Gut zu wissen Okay, da darf ich nicht rein Das ist interessant Ist was ähnliches wie Monstro Okay, was das? Was das? Was bist du? 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 Nein, Mist Ah, Mist Ich habe unkonzentriert Mist Ich komme auch nicht rein, denn das ist das Problem, aber ich sage gerade Weil meine Tiers zu knapp sind Vom Speed So weiter, wenn sie eine Pfütze macht, kann ich nur Alter Die machen doch auch scheiße, ich wollte sie ausprobieren gerade Alles in gleich zurück Wir sind gleich zurück Wir sind gleich zurück Ja, wir sind gleich zurück Ja, wir sind gleich zurück Und wir haben nichts mehr Alter, wie close Ich wollte gerade noch ausprobieren, ob das für uns anträgieren kann, weil die nur so rumgeschwebt sind Oh, wir kommen zurück, sehr schön Unsere Range ist so minimal, das ist mega assi Wir machen Damage an der Hände Na, komm schon Kann doch nicht wahr sein Oh, geil Wup, wup Kann ich mega gebrochen Oh, oh, Mr. Lurius Candy Haben wir das hier irgendwo? Auch nicht, was ist denn das rum? The Bird of Isaac Items Kein Moment Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite gewesen Immer noch Es ist so ein Problem mit dem Die Isaac Rebirth und Der Isaac Rebirth Vicky, da haben wir es Vicky Items Items Kleinen Moment, das dauert jetzt kurz Tut mir leid, aber muss sein Im Spiel, muss sein Weil bei den ganzen Items Das kannst du nicht bringen Hallo, lad doch mal ein bisschen schneller Ich will, dass du mir die Items zeigst Ah, okay Wie ist die? Moment, da kann man gucken, indem man Ja, wup, wup Und Mysterious Candy mit M Mysterio Ja, genau Mysterio Funktioniert super Ich suche einfach mit Active Items Passive Items Mit M Mysterio Ich finde das mega sinnlos Ich gehe mal da, wo ich gerade eben war Einen kleinen Moment Seiten Räume Items So Ist natürlich doof im Let's Play Ich weiß es selber, aber Muss nun mal sein Was ist das denn für die Seite? Hier könnte es dabei sein Mysterio Ist es dabei? Leider nicht Ich finde es sinnlos Na gut Ich behalte es mal keiner an, was es macht Warum es da auch kein zuverlässiges Wiki gibt, wo alles drin steht? Bin ich einfach zu blöd, es zu finden? Ach, komm schon Ich will einen Range ab, komm schon Gib mal einen Range ab Kann ja gar nicht sein, Alter Alter Drecksviecher Wer trifft mich? Ich bin tot, wetten Ich habe wieder so eine geringe Range, gell? Na, weißt du was? Wir machen mal, wir machen mal was anderes Ich habe nämlich keinen Bock auf so eine geringe Range Wir machen mal Hard Ich spiele mal Hard jetzt mit Isaac Und da finden wir hoffentlich mal coole Items Die Und unsere Range jetzt zum Glück nicht so behindert, Alter Temporary Badass Gleich im nächsten Raum mal probieren Mal gucken, was das ist Na gut, den brauchen wir natürlich nicht Oh, sehr schön Es geht mit viel Gold los Viel Gold ist übertrieben, aber es geht mit Gold los Na, hier spreche ich noch nicht Aber hier Fuck Das war nicht so cool Wie geil Wie geil, bitte Sehr schön, er hat es nicht getroffen Woll Bombi Bombino Drollino Oh nein Hier bräuchte ich's, hier bräuchte ich's, hier bräuchte ich's Oh, hier bräuchte ich's Oh, hier bräuchte ich's Kommt da ohne Scheiben durch? Das mag ich fast nicht glauben Wenn er wirklich ohne Schaden durch, durch diesen Raum Das mag ich bezweifeln, aber ich möchte es nicht darauf geschworen Wir kommen da ohne Schaden durch, warum nicht? Okay Jetzt bei der Buche krieg ich mal Schaden wetten Einfach nur so, als äh Weil ich gerade so viel Glück habe, muss einfach jetzt so was passieren, was mega anlagig ist Ja, da war's schon fast Ah, dann fliegt das Ding Mir krieg eine Menge Leben geschenkt Weiß nicht, ob ich das jetzt für gut halten soll Da haben wir eine Pille, die können wir uns nehmen Ready, fly Nicht schlecht Bleibt die komplett Ich weiß es gar nicht Die fly war doch, glaube ich, komplett Ich bin mir nicht sicher Dingle, hallo mein kleiner Na, wie geht's dir? Ja, 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 dreimal kacken Ich weiß schon Was macht das denn jetzt von mir? Ja, guck mal, da sind Dinge Reinrennen So, okay, super Sind wir gut dabei eigentlich Ich hatte aber eine echte hohe Schuss, Schuss-Range, gell Autsch, da habe ich mich treffen lassen Wir haben auch nicht viel Herzen, wollte ich gerade sagen Einer, was ist jetzt los? Dingle, du stinkst nach Scheiße Wollte ich nur noch mal jetzt sagen Ja, super Stopp